Die glorreiche Zukunft der Erde Unsere Bestimmung ist es, in Freude zu leben und nur aus der Freude heraus zu lernen. Viele von euch auf dem Planeten Erde sind derzeit Sternensaaten und stammen nicht ursprünglich von der Erde. Ihr habt freiwillig viele Male als Erdbewohner inkarniert, damit ihr für diese Endzeit vorbereitet werden konntet. Ihr seid Mitglieder der Lichtfamilie. Ihr seid hier, um das Licht fest auf dem Planeten zu verankern. Eure Arbeit wird von so vielen Wesen im Universum geehrt, dass ihr in den kommenden Äonen die Farben der Dankbarkeit tragen werdet. Die Farben in eurem aurischen Feld werden sagen, ich war da, ganz gleich, wo ihr im Universum auch hinreist. Ihr werdet stets von Wesenheiten umlagert werden, die herausfinden möchten, wie es vollbracht wurde. Wie ihr die Erde aus der Dunkelheit herausgehievt und sie in einen Stern verwandelt habt. Während der nächsten 2000 Jahre wird sie der hellste Stern in der Milchstraße sein. Ihre Gottesessenz wird unseren Teil des Universums beleuchten. ihre Lichtstrahlen werden die Sprache der Liebe tragen, die eine wahre Emotion der Schöpfung. Sie wird der Hauptdreh- und Angelpunkt unserer Galaxie werden. Sie wird eine lebendige Bibliothek werden, die Wesenheiten von den entlegensten Bereichen des Universums anziehen wird, die nach Wissen streben, um ihre Evolution voranzutreiben. Nach Wissen, auf das nur durch menschliche Existenz zugegriffen werden kann. Jede Erfahrung ist einzigartig, aber die menschliche Erfahrung hält den Schlüssel zu der alten Information vieler Sternennationen, die zusammengearbeitet haben, um die Erde mit dem Besten zu besehen, was ihre der Zivilisationen zu bieten hatten. Daher stammt der Spruch, jeder Mensch ist perfekt. In der Vergangenheit hatten auch wir viele galaktische Zivilisationen aufgegeben. Aber nicht die Lichtfamilie. Sie wusste tief in ihren Seelen, dass die Erde ein Juwel ist, das zu verlieren sie sich nicht leisten konnten. Und so schwangen sie sich auf in die Aktion und entwarfen einen Plan von solcher Brillanz, dass er sogar die Aufmerksamkeit des Urschöpfers auf sich zog. Ihr seid im universellen Fernsehen. Und die Einschaltquoten sind so hoch geworden, dass Millionen von Zivilisationen ihre Evolution pausieren lassen, um die finale Episode mitzubekommen. Also, bleibt dran. Denn nach der Schlussepisode schmeißen wir eine Party von galaktischem Ausmaß. Jedes Wesen, was jemals seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat, wird dabei sein. Und wenn ihr denkt, dass wir aus der inneren Erde anders aussehen, dann wartet einfach ab, bis ihr seht, was kommt. Immer da. Mikos und Freunde. Danke. Danke an euch alle, dass ihr mit mir in die Innenerde gereist seid. Ich bin, der ich bin, immer war und immer sein werde, bewusstes Sein. Ein hohes Licht im menschlichen Körper, ein aufgestiegener Meister. Ich bin verbunden mit der Innenerde und lebe in dieser hohen Schwingung des Bewusstseins in Liebe. Ich fühle mich als Botschafter, möchte euch bzw. dich unterstützen, dich in deinem Licht zu zeigen und aus deinem Herzen zu leben. Lasst uns gemeinsam diese neue Erde in uns allen manifestieren, wie innen, so außen. Nur so funktioniert es. Jeder Einzelne trägt durch sein Licht und sein offenes Herz zu diesem Aufstieg in diese höhere, fünfte Dimension in Licht und Liebe bei. Ich stehe euch gern als Begleiter, Wegweiser und Seminarleiter zur Verfügung. Nimm gerne Kontakt mit mir auf. Im kommenden Jahr geht es weiter mit meiner Seminare Kurs in Glücklichsein. Folge deinem Herzen. Es ist ein Tag in Licht und Liebe. In Hamburg bei mir, aber gerne auch in deiner Nähe. Gibt es einen geeigneten Seminarraum und Interesse bei dir? Dann melde dich gerne, gerne per Mail oder auch in einem persönlichen Gespräch. Da können wir alles besprechen. Namaste Am Ende Am Ende Am Ende Am Ende Am Ende Untertitelung des ZDF, 2020